Das ist ein grüner Busch unter ganz vielen braunen. Grüß Gott! Ist ja gar kein Scharfschützengewehr. Tango eliminiert. Nein, du hast können, ich habe eins. So, bewegen wir uns mal hier vorne auf diesen Felsen. Wir nähern uns dem Ziel, feuerfrei. Wenn es wie eine Nachschubkiste aussieht, macht ihr's platt. Verstanden, jagen wir das hier zur Hölle. Bleibt mal hier liegen, ich gehe mal mit der Drohne gucken. Drohne fliegt. Scheiß Mörser. Ist hier Lichtpaneele da drüben? Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Warum hast du eine männliche Stimme? Ich sehe einen Generator an. Weil ich so ein männlicher Mann bin. Verstehe. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Kannst du den Tipp mal ausschalten? Wenn du ein Schalldämpfer hast, kannst du die alle erschießen, die ich mag hier. Aber muss halt treffen, ne? Der muss tot sein. Ein Drecksack weniger. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. So, was sehe ich noch? Da ist eine montierte Wasser. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Also je, die weiter weg sind, kann ich mal mit dem Schauschützengewehr wegschnatzen. Ja. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Tango neutralisiert. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ja. Also der steckt vorne drauf. Vor den Hintern. Der war mal. So. So. Die blinken. Die suchen uns jetzt. Oh je. Okay. Oh. Ich bin gestorben. Ah, ich kann nicht aufheben. Der steht da unten übrigens. Ist egal. Der sieht uns nicht. Okay. Okay. Doch, ja. Mensch, das tut mir. Solltest du echt einen Schauschützengewehr mitnehmen beim nächsten Mal. Das macht super Spaß. So, also wir sollen da unten diese Mörser zerstören. Dann machen wir das doch mal. Ich werfe einfach mal eine Granate drauf. Granate kommt. Come miere da culeros. Das war nicht weit genug, oder? Granate fliegt. Kiste zerstört. So, eins ist kaputt. Drei brauchen wir noch. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal hier in den Hang runter. Schauen wir mal, wer uns dann alles besuchen kommt. Was war das denn? Granate. Man, du kannst auch runter gehen und ich gebe dir Deckung. Okay. Da können wir den Helikopter klauen. Da rennt ein Busch. Kann ich die irgendwie... Lass mich raten, dass keine Granaten mehr. Nein. Einmal mit Profis arbeiten. Waffenkiste zerstört. Tango getroffen. Sonst müssen wir hier einfach mal eine Waffenkiste suchen. Dann haben wir auch wieder... ... oder Granaten. Ja. Da hinten ist eine. Ich sehe ne kleine Gruppe. Gegner getroffen. Wo siehst du die Waffenkiste? Bei mir. Ich habe noch gar keine Freischalten zu nehmen. Ich habe meinen Penis in ein Wespennest gesteckt. Hallo. Verdammt, der Kerl ist tot. Ich habe ihn. Es waren mehr als einer. Wir sind jetzt nicht unbedingt die Leisesten. Wir haben doch Schalldämpfer. Die hören uns doch gar nicht. Was? Was? Ich habe den Typen gerade miterwischt. Weck da. Oh, falsche Richtung. Das ist die letzte Kiste. Ziel erfüllt. Okay. Ich sehe das so. Je weniger die Arschlöcher auf mich schießen können, desto besser. Finde ich auch. So. So, jetzt schnappen wir uns da hinten den Helikopter und dann... Get the fuck out of here. Richtig. Get to the chopper. Machst du fliegen, weil ich bin... Alter, was soll denn hier der Staffeldraht? Geht's mir lang? Geht's mir lang? Geht's mir lang? Geht's mir lang? Ich kann's probieren, ja. Also es ist nicht intuitiv und es ist auch nicht einfach. Aber ich setze mich auf deine Seite, dann sehe ich, wenn du rausspringst. Ich mach das, ich fliege. Geht's mir lang. Ah! Mit Maus steuern wär halt echt geil. Da unten ist ein böses Auto mit nem bösen Gatlingern. Es fährt uns jetzt hinterher. Wo fliegen wir denn eigentlich hin? Ja, grad auf dieses Häuschen vor uns. Siehst das, dass ich das markiert hab? Ja. Da gibt's irgendwie Sachen, die wir abholen können. Äh... Da ist einer im Häuschen drin. Jo. In diesem Häuschen ist noch jemand drin. Ja, ich kann... ...nur in die Richtung gucken, wo du guckst. In diesem Häuschen ist noch jemand drin. Flieg! Ah! Ah! Oh oh! Können wir irgendwie raus? Ja! Rennen! Äh... Da explodiert ziemlich viel Zeug hinter dir! Hinter dir ist einer! Achtung! Ich hab irgendwelche Taschen gedrückt, dass irgendwie ne Drohne losgeflogen ist. Und dann bin ich gestorben. Ja, Y ist Drohne! Sechseinhalb Stunden später! Wenn du könntest dich drehen... Ne, dreh dich mal in die andere Richtung. Oh, hinter uns ist ne böse Rakete! Wir landen! Tja, tschüss Helikopter! War schön mit dir! Die werden uns sehen, warte! Ja, die werden uns sehen, weil das das größte Problem ist, wenn grad ein Helikopter neben ihnen abstürzt! Die werden nie wissen, dass wir da waren! Da ist jetzt immer noch ein Spiel! Hey, wir haben nen Narko! Dicht am Container! Ich bin ne kleine Gruppe Tante! Das ist mein Schwerpunkt! Bist du denn da? Sollen wir mal mit der Drohne reingucken? Setze Drohne ein! Mach mal, ja! Ziemlich ruhig da drin! Dann komm mal rein! Ich sehe ne kleine Gruppe Tangos! Ich erkenne eine kleine Gruppe Tante! Aber die Menschen in Lame die Steht immer noch was von wegen Mr. Approaching! So, wie wir da reingucken, kommen keine Ahnung! Ich sehe hier so ein rotes Ding an der Tür! Ja, da steht da! Automatisch Tür öffnet sich, wenn Fahrzeuge der gegnerischen Fraktionen nähert! Da unten gibt's ein Auto von denen, glaube ich! Ja! Ich hol's mal! Mensch, wir machen hier eins auf Trojanisches Pferd! Mhm! Willst du fahren? Willst du die Gatling? Ich fahre! Ich steig mal aus, weil die kommen jetzt bestimmt gleich! Ich steig mal aus, weil die kommen jetzt bestimmt gleich! Ich steig mal aus, weil die kommen jetzt nicht mehr! Ich steig mal aus! Tango getroffen! Tango getroffen! Ja! Granate fliegt! Ja! Alter, was ist das? Tango ist tot! Alter, die greifen hier mit Mörsern und Morser! Ja! Wo kommen die Mörser her? Vorne da. Versuch mal einen auszuschalten. Ah fuck, ich bin am Auto und bin tot. Das ist bedauerlich. Aber hier hinten hätt man auch einfach reinlaufen können. Ich halte mich mal unten, dann kannst du bei mir spawnen. Okay, weil hier gerade das Auto auf mir explodiert ist. Ja, du kannst den anderen auch nicht reviven, weil das dauert länger als das Auto braucht zum Explodieren. Also Autos sind Todesfallen. Ich hab den Mörser, Mann. Okay. Das C4 ist jetzt scharf. Die Ladung ist scharf. Wir haben mal ein bisschen C4 gelegt. Okay, ich bin bei dir. Eine Ablenkungsgranate für die Ombres. Wo bist du da hingekommen? Los, Ablenkungsgranate. Einmal um den Zahn rumgelaufen. Ah. Mach dir mal platt. Das ist nicht gut. Wir sehen uns. Tango getroffen. Hab die noch nicht so spät. Hat sich gut versteckt. Der andere hat gerade Verstärkung gerufen. Ja. Lass dich rein, dass man das Gebäude an der Schießt den Oberraum, Mufti. Bei dem vielen Geld sollte man meinen, das Kartell macht schönere Orden. Ach, der ist schon tot. Ich schicke Ihnen Nachrichten-Logs einer Kartell-Funkstation in Montayoc. Mit etwas Glück findet sich darin der Name des Kartell-Ausbilders. Ich bekomme... Da, hinter uns. Achtung, hinter uns unten. Hier sind keine Hinweise auf unseren Mann. Aber etwas anderes ist interessant. Die haben Suchtrupps losgeschickt, um einen Deserteur zu finden. Einer der Rekruten ist vor ein paar Tagen ausgebüxt. Sie glauben, er ist noch in der Gegend. Wie soll das helfen? Wenn er Zeit im Ausbildungsprogramm verbracht hat, besteht die Chance, dass er unserem Mann begegnet ist. Und der Deserteur kann uns seinen Namen sagen? Finden Sie es heraus. Also, hörst du die Story auch? Ja. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Nee, ich hab nicht zugehört. Also, wir müssen irgendeinen Deserteur jagen. Ich würde sagen, wir rennen jetzt da vorne raus, schnappen uns diesen gepanzerten Mannschaftstransporter. Sollen wir das Ding noch kaputt machen? Gibt es Punkte? Ähm, nicht wirklich, aber du kannst die grünen Sachen noch einsammeln. Also, es gibt diese Upgrade-Punkte. Die hab ich. Okay. Panzer! Ich begrüße Sie! Moop, moop! So, ich schau mal schnell, wo wir hin müssen. Aus abgefangenen Funksprüchen wissen wir, dass das Anzeige der Deserteur in den Bergen sucht. Finden Sie ihn für uns. Er weiß sicher eine Menge über das Ausbildungsprogramm. Er sagt, wir sollten eigentlich nicht mehr so richtig fahren. Du meinst den direkten Weg? Ja. 360! Feuer frei! Fahr nochmal zurück, ich kann nicht so tief runter. Und es hat Boom gemacht. Ich sag's ja immer wieder, gib einem Mann einen Panzer und er hat warm für einen Tag. Da knattert er die vorne weg, direkt vor uns. Ausgezeichnet! Da haben sie ganz viele. Wer sieht uns? Holt ihn euch! Ich sehe einen Suchdruck des Hotels. Wir gehen mit vor und los. Wir schnappen uns den Anführer. Ich will wissen, was er über den Deserteur weiß. Stammatisch, Stammatisch, Stammatisch! Von der Stadt der Stammatisch! Wenn wir schießen, hallo? Ich hab den Hinterce, das ist HERÖFISCH. H Crash ist meine Überläufe. Du willst ihn retten! Puff. Headshot! Ich werd UNERFOLKRIECH SHAAA! Wer wird nicht mehr überlaufen? gesagt, dafür Indians haben bestimmt keinen Panzer mehr. Sollen wir mal hinter uns aufräumen? Wir wollen auch nur leben. Wir haben uns gar nichts getan. Wir sind ein paar Narcos. Sag mir wo. Bei der Sandsabstellung. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ja, das läuft gut würde ich sagen. Ja, dann schlapp mir und das ist halt dieses Auto, komm. Oh, ich hab's da genutzt. Ich bin tot. Okay. Du Spanko! Ich streiche dieses Auto ein. Ich hatte nicht gemerkt, dass sie schon alle tot sind. Weißt du, du kannst nicht sofort wieder aus dem Auto aussteigen. Ah, herrlich. Diesen Tipps da unten sollte stehen. Bitte werfen sie keine Granaten auf ihre Freunde. Wo bist du? Am Main Camp. Oh je. Eineinhalb Kilometer. Aber du kannst dich ja zu mir beamen. Ich fahr mal runter. Direkter Weg. Weißt du. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ein scheiß Heli. Soll ich zu dir kommen oder nicht? Soll ich zu dir kommen oder nicht? Nein. Ich guck mal. Guck mal. Das ist ja gut. Das mit Schalldämpfer wäre ganz nice So Was ist denn da los? Hab ihn, ja Aber wo sind noch welche? Ach Nein, das merke ich wohl noch Ok Alter Nein, du stehst halt im Dings noch rum Im Türrahmen Beim Aufwachen steht dir erstmal Sauber da Ach Sich gegenseitig wiederbeleben ist ja cool, aber Ist nicht so ganz optimal gelöst würde ich sagen Ja So, wo bist du? Äh, hier Ja, perfekt Da unten sind die Bösen Gut Also wir rennen erstmal in die Richtung Und dann versucht der nachher bestimmt zu fliehen Ja Aber wir ficken erstmal die hier drüben Guck mal, da sind drei Leute Ja Da ist noch ein Tango Da kommt ein Ele Tango Ele Sehr gut Der hat sich, der hat meine Bullet gedodged, der zweite Gut gemacht Räumen wir auf und dann weiter In dem Moment hat er sich hingekniet, wo ich geschossen hab Ich sehe einen Suchtrupp des Kartells Wie gehen wir vor, Boss? Wir schnappen uns den Anführer Ich will wissen, was er über den Anführer hat Ich will wissen, was er über den Anführer hat Also ich gehe mal zu einem Auto, sondern markieren wir die erstmal Ich sehe einen dritten Drohne fliegt Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos Wie funktioniert das mit dem Singshot? Äh, nur wenn du Bots hast Ah Ja Das ist ein Treffer Ihr Leute, man verpisst sich Den sollen wir irgendwie mit dem Leben lassen Ja Target killed Ja ja, er ist ausgestiegen Da war wohl niemand mehr drin Ansonsten Doch, doch, das war gut Ja, nee Wenn du den aufs Auto schießt, dann kriegen die Panik und springen raus Ich hab halt auf die Fahrertür geschossen, das war nicht so schlau Bestens bin ich nicht der einzige Idiot Ja, Herr NATO-Pilot, wie konnten Sie auf den Kindergarten bombardieren? Ja, es war halt nicht so schlau Welch... für mich? So, das ist noch nicht der Guitar構 Also nehmen wir zuerst die Links Ja Dann knattern wir die Anderen weg Und wenn der dann wegfährt, dann schieße ich den Motorblock So hollywood Style Sehr gut Brauchst du eigentlich auch ein Scharfschützengewehr, dann können wir das mal synchronisieren Ja, aber ich habe immer noch keinen Zweigeschaltet Ich weiß nicht, wie man das macht Boah, ich kann schwimmen Ich sehe einen Suchtrupp des Kartells Jetzt bin ich ein Navy Seal Wir schnappen uns den Anführer Ich will wissen, was er über den Deserteur weiß Alles klar Ziel Nummer 5 Ich warte, ich lege mich auf den Stein Ich sehe eine kleine Gruppe Tagos Der war mal Der Leutnant versucht zu fliehen Jetzt ist gut Ich ruhe die Puta zu einer Frau Ist klar, ne? Rede, Pinche Pendejo Wer ist der gesuchte Deserteur? In Pinche war die Kondemirla, der aus den Ausbildungslager abgehauen ist Der Vos will, dass wir ihn in ein Exempel strukturieren, damit keiner dieselbe Idee hat Wir schaffen ihn zurück und lassen alle mit Macheten auf ihn eindreschen Und wo ist der kleine Schisser jetzt? Wir wissen es nicht, aber wir sind dicht dran Ein anderer Suchtrupp glaubt, seine Spur gefunden zu haben Wo ist dieser Suchtrupp? Rede, dann lasse ich dich gehen Okay, okay, Chinga Wir nähern uns dem Deserteur Checken wir die Gegend, in der er gesehen wurde Musik 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 Bis zum nächsten Mal.